Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Minecraft. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Tja, in der letzten Episode haben wir eigentlich angefangen den Park zu bauen. Und den Teich. Ja, mal sehen, wie es so weitergeht. Ich schätze mal, dass ich es noch schönen Baum kommt. Ein Pavillon, ganz viele Blumenbeete, ein paar nette Bäumchen. Und ja, wir werden sehen, wie es läuft. Dann würde ich sagen, los geht's. Ja. Und da dauert es ja noch ein wenig, bis das Wasser, also Wasser, bis das Gras hier ankommt, kann dauern. Aber wenn es schon mal dort ist... Was ich so realisiert habe, offscreen natürlich, ist, dass das nicht besonders schlau von mir war. Zwei Gründe dazu. Hier schlau. Hier nicht schlau. Ich muss hier ein Dach bauen. Natürlich kann es hier drüber gehen. Gut, alles klar. Aber hier kann ich es ja nicht machen. Das heißt, ich müsste eigentlich alle sozusagen kürzen. Das heißt, die Häuser müssten eigentlich so sein. Aber anders würde es nicht Sinn machen. Ich meine, es ist nicht so das Problem, ganz ehrlich. Punkt. Was natürlich problematisch wird, ist, ja, dort, wo ich... Aber das... Da wird nicht schon was einfallen. Das ist das Einzige, wo ich mir jetzt denke, ja, da hätte ich schlau sein müssen. Sonst eigentlich nicht so das Problem. Sonst eigentlich nicht so das Problem. Bin ich eigentlich wo dieser eine... Egal. Gut. Da habe ich ja das auch gemacht. Puh, das... Das wird noch was. Ich glaube, das wird auch alles ziemlich... Ziemlich schwindern. Gut. So muss es sein. Richtig schön, was ich machen wollte. Oder was ich immer gebrauchen könnte, wäre eine Schaufel. Ich glaube, das sollte ich mir so mindestens mal so drei Stück machen. Wenn ich mal behaupten. Ja, drei Schaufeln. Schaufeln können wirklich nie schaden. Ja, hier die Kirche, wie schon gesagt, das wird alles noch, also... so macht es Sinn. Dann kann man sogar noch zwischen den Häusern rumgehen. Das wird alles noch, wie ich behaupten. Was ich jetzt aber auch noch tun würde, wäre das hier. Kann ich mal in der Zwischenzeit machen. Weil... Das Ganze ist ja so sei es. So, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eigentlich kann ich das gleich hier so auch machen. Das würde ich mal behaupten. Hier auch. Bamm. Bamm. Einmal. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. So war das. Und Bamm. 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 So muss das sein. Dann ist es noch immer hoch genug und ist nicht gleich beim Kopf. Gut. Es kann alles noch dauern. Beleuchtung ist ja sowieso sehr wichtig. Also richtig, richtig, richtig. Also ohne Beleuchtung alles eigentlich sinnlos. Okay, Eisenkumpen habe ich hier. Da haben wir ja 2-4 Eisklumpen gefunden, ich brauche hier nur Eisklumpen ohne Fackeln, wenn ich mich nicht täusche, genau so ist es, nein Eisklumpen ist üblich gewesen, ja gut man findet ja in diversen Kisten auf Reisen ja genügend davon. Ich glaube es wird schön, es wird schön, es wird schön, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, genau so ist es. Ich habe es verkackt, 2, 3, 4, 5 und es ist ja besonders wichtig finde ich, dass wir hier ziemlich gut viel Licht haben eigentlich, weil wenn ich irgendwas in dem Dorf nicht will, hier ist es Monster. Man will doch keine Monster haben, also ganz ehrlich, nie. und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Besonders wichtig, dass hier alles gut ist. so gut wie möglich beleuchtet wird. Hier als Eingang zum, muss natürlich auch was gemacht werden. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Und so muss das sein. Und hier würde ich es genauso machen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist es hier wirklich stark beleuchtet. Also eigentlich stark würde ich nicht sagen, aber so genug beleuchtet, damit nichts passieren kann. Und ich denke das ist auch eines der wichtigsten Sachen. Ich muss das beschleunigen, ganz ehrlich, das macht mich wahnsinnig. Dass das nicht schneller geht, ganz ehrlich. Ah, das ist ein Ding hier. Gut. Es muss schneller gehen. Dann können wir uns jetzt ja auch ansehen, wie die Beleuchtung so aussieht. Das ist ja auch nicht unwichtig. Ja, also ich würde sagen, genug beleuchtet. Und es ist natürlich auch wichtig, dass auf den Wegen nichts ist. Das ist natürlich sehr wichtig. Weil, ehrlich gesagt, wer will schon sozusagen hier durch das Dorf streifen und dann gleich ein Creeper haben. Ich möchte ja keiner. Aber so, muss ich sagen, sieht wirklich gut aus. Also die Insel wird ja wirklich immer voller sozusagen. Ich freue mich ja natürlich, wenn es dann fertig ist. Ich habe mir natürlich überlegt, ja, soll ich den Park ganz durch machen? Aber dann finde ich ihn fast zu groß, ähnlich. Beziehungsweise irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Es wäre irgendwie zu über drüber. Hört sich blöd an, aber... Ja. Es wird doch nice. Es wird doch nice. So, rein ins Bett. Mal schön schlafen, ne? So, wie es sein muss. Es geht wirklich nichts weiter mit diesen... Ich will doch nur... das. Naja, egal. Ähm, was noch wichtig ist... Ja, ich mach direkt hierzu. Ähm... Da fängt es an... Da fängt es an... Ein... 2.64 erster ist, habe ich. Da fängt es an... So läuft das. Ich müsste fast wieder eigentlich für... Ich müsste fast wieder Lava holen gehen, ne? Weil ganz viel Stein werde ich natürlich für die Kirche brauchen, ne? Die muss aus Stein sein, ey, du Bursche. So wie die Brücke, ne? Das ist wichtig, ne? Sowas wie Treppen, ne? Natürlich... ...durch das Pflastersteinen und Steinziele, ne? Die wichtigen Sachen, ne? Wie die Brücke. Die Brücke. Die Brücke. Die Brücke. Ja, Hallöchen. Hallöchen, Pupilchen. So. Mitten durch den Wald. Ja, ist schon schön hier. Boah, aber ich habe so viel zu tun in Minecraft. Ich glaube, da werde ich auch ewig viele Folgen schaffen. Aber Minecraft ist halt eben so, ja, eigentlich endlos, let's play, ne? Was anderes ist es hier eigentlich nicht. Was ist's? Also. Ja, irgendwann ist die Lava hier weg. Oh, ein Eisbär. Krass. Oder habe ich noch genug Lava? Die ich mir gönnen kann. Oh, einen Bienenstock hätte ich dann auch gerne. Da muss ich mir dann wo einen stibitzen. Ja, den möchte ich dann im Baum im Park haben. Und dann hätte ich ganz, ganz, ganz viele Blumen dort haben. So, dass die Bienen ja doch ein nices Leben haben, sagen wir mal so. So, ich hätte vielleicht nicht den Tisch gönnen sollen. Na ja. So, ich kann da mal gucken. See ya. So, sieht ja schön aus mit der Brücke Da kommt schon was zusammen Es wächst zwar, aber noch nicht schnell Alter, der hat er ziemlich aufgeholt Ja, nicht schlecht Ja, und ein Lava-Eimer habe ich noch, so als der Rest Gut Resen Ist okay da, aber Man muss sich natürlich darauf achten dass ich mir da vielleicht ein paar besorge Wir müssen doch eigentlich schon fertig sein, oder? Ah, okay Wieder mehr Samen Fängt ja Es wird lang Hier die Kartoffeln Alles in Ordnung Der Bambus Alter, riesig Karotten Auch alles in Ordnung Da wächst auch alles schön Kakaobohnen Wunderbar Und natürlich der Weizen Ja, es fängt wieder zu regnen an Ah, hier werden auch noch zwei Bruchsteine drin Nehme ich vielleicht mit Ach Gott Tja, wenn ich das dann erledigt habe Ich brauche ja Ziemlich viel Material Muss man ganz ehrlich sagen Ah, besonders für Für das ganze Zeug Ja, mal schauen Kann alles ein wenig dauern Aber wir kriegen das schon Nicht die Karte Ich benutze ein bisschen Aktualisieren Tut es Ja, die Insel Die Insel verändert sich Ja, ich bin mir noch nicht sicher Was ich mit der Nachbarinsel mache Und so Schwierig Aber Natürlich nicht uninteressant Ein bisschen Kohle und sowas habe ich hier Roten Sand Das Sattel ist natürlich nice Noch einen gefunden zu haben Blumen Habe ich ja eigentlich ein paar Oh, bitte Ich brauche mal rote auch Naja Jedenfalls Ich sollte mal schlafen gehen Es wird wieder schön Nice Ähm Was ich mir noch gedacht habe Kirche Wie sollte der Boden aussehen Ich habe mir natürlich gedacht Ja, Wolle Eine rote Wolle So wie üblich in Kirchen Also mit Teppich meine ich Und vielleicht auch Granit So viele Kirchen haben ja Sachen aus Granit Also jedenfalls Wenn ich hier mal Granit eingebe Kurierter Granit Dann wäre sowas natürlich wie Kerzen natürlich wichtig Also polierter Granit Ist glaube ich Etwas Was wir nützen sollten Würde ich mal behaupten Dann natürlich Steinziegel Ah Eisengitter Wären Wären auch für mich Für mich interessant Also Die Eisengitter Was brauche ich hier für Uh Sechsbahn Alter Teuer Teuer Aber okay Aber okay Ich meine Ja Beim Moos Ist halt wieder schwer Da brauche ich Wieder viel Moos Siegel finde ich Siegel Die Schlammziegel Sehen cool aus Diebenschiefer Polierter Poliert Poliert Find ich nicht so geil Wie Badstein Ist natürlich auch Nice Bismarinen Und so Büsin Ja Es gibt ziemlich viel Moosterbruchstein Sehe ich auch Alles sehr nice Also es gibt vieles Was wirklich schön wäre Aber die Eisengitter Wo Teuer Teuer Sozusagen Sehr teuer Hier geht ja nichts Weiter Man Nichts Wieso Wollt ihr nicht Wachsen Na ja Jedenfalls Und da Wollte ich ja Den Friedhof Immer Für den Friedhof Brauche ich Eisengitter Weil ich das Indie so machen Möchte wie Stein Und drauf Die Eisengitter Und hier Und da Einen schönen Eingang Sozusagen Zum Friedhof Nächster Wollte ich noch Machen Dass wir Rundrum Gehen Können Vielleicht Vielleicht Kann ich Das Noch Machen Indem ich Hier Die Insel Ein wenig Verändere Ja Es wird Es wird Interessant Jedenfalls Ähm Die Buchstein Mauern Dann So sieht Das Dort so Aus Ja gut Ich sollte Jetzt auf Einmal Ganz Lässig Mal Steinsiegel Machen Bitte ich mal Behaupten Oh Steinsiegel Oder wieso Mache ich Die So Könnte ich Naja Jedenfalls Brauche ich Relativ Viel Davon Machen Bein Granit Den Will Ich Mich Ja Auch Gönnen Polierter Granit Okay Da Bleibt Gleich Viel Aber Da Bin Ich Mir Ehrlich Gesag Auch Ganz Sicher Brauche ich Beide Stacks Ah okay Man Granit Ist Zum Glück Ja Nicht So Schwierig Zu Finden Dann Würde ich Das Mal Vielleicht So Vormachen Um Mal Zu Sehen Wie Das Überbau Aussehen Wede Das Heißt Ich Müsste Hier Ja Überall Dann Eigentlich Alles Entfernen Dann Will Ich Ja Komplett Granit Polierten Das Jahr So Machen Ob Es Dann Alles So Sinn Ergibt Wer Mal Sehen Wern Wir Sehen Ob Das Alles Sinn Ergibt Ergibt Wie schnell Machen Das Glas Wächst Ergibt 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 Das war's. Weg mit der ganzen Erde hier. Jetzt einfach mal diesen polierten Granit hin. Oh, ich glaub, der macht mit Raytracing schon was her. Ich glaub, der macht schon schön was hin. Der macht das her. Also der, wie ich sagen, sieht nice aus. Wie es aussieht, sind meine zwei Stacks gerade noch genügend. Oh, und er spiegelt sogar. Das ist nice. Oh, ich hoffe, dass die zwei Stacks jetzt genug sind. Alter, brauche ich doch mehr als gedacht. Ja, es wird nicht genug sein. Nein. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht bin ich noch irgendwo jetzt ganz schnell noch. Schade, ich brauche mehr Granit. Also hier wächst ja gar nichts weiter. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, ich sehe nicht. Ich brauche nur irgendwo... Ich muss ja noch irgendwo Granit haben. Kann sein, dass ich so wenig davon immer abgebaut habe, oder was? Nee, hier ist noch... Hier ist noch genug Granit. Die Granit brauche ich auch wirklich, ne? Da mache ich ja erstmal die 10 hier. Oh, das sieht wirklich nice aus. Drei noch. Reicht? Oh, nee, reicht nicht. Ich trottel. Hier. Die Eingänge dafür machen. Warte, dann gehe ich jetzt schnell... Schlafen. Immer einen gesunden Schlaf haben in Minecraft. Man will ja nicht, dass die Phantome auftauchen. Das wäre natürlich nicht so nice. Also, wieso mache ich das immer? Ähm... Ja, 20 mal. Gleich würde mir ausreichen. Genau so soll es sein. Ist ja doch eine Kirche. Oh, sieht schon nice aus. Genau, einer bleibt übrig. Sehr gut, dann habe ich das hier mal... fertig. Da weiß ich nicht, ob ich gleich mit Granit anfangen soll, oder ich sollte einmal Stein ziegel hier. So, ich gleich mit Granit. Ja, schwer zu sagen. Lassen wir das mal so. Die Fälle lassen. Da. Kann sie ehrlich hier reinverfragen? so würde ich mir das dann vorstellen in den grundzügen hier quasi sozusagen die das wird schon schön gleich links und rechts so ein wie heißt das ist nicht topf ist ein tor gute frage ne wie heißt das teil warum schon johnny ist eigentlich so doof nicht nicht alles was ich herstellen kann es brauche ich zwei stück davon so drei sechs sieben pro stück tja ich würde dennoch mal sagen das war's freude lasst nike da lasst nabo da lasst kommentare da ihr wisst ich freue mich über alles vielen vielen dank und bis zum nächsten mal ciao so 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 Untertitelung des ZDF, 2020